So, guten Morgen! Hm, das stimmt nicht. So, ähm... Schauen wir mal. Wahrsager. Sind extra gut drauf. Okay, soll mir recht sein, weil ich muss jetzt auch nochmal in die Mine. So. Jetzt haben wir hier. Lucia, ich forsche gerade an den vergessenen Kunst der Schattenwarnsagung. Aber ich benötige einen Gegenstand namens Schattenessenz. Bring ihn zu mir und ich werde dich belohnen. Zauberer. Okay. Irgendwie ist meine Stimme heute komisch. Ich weiß es nicht. So. Ne, die Sachen auch gleich mit. Dann können wir wieder ein neues Fass machen. Ist wichtig, wichtig. Hier ist alles voll, das ist Kacke. Mhm. Sehr doof. Ach ja, stimmt. Die Dinger kann ich ja auch mit zum Minen nehmen. Deswegen heißt es wahrscheinlich... Hm. Naja, so, ähm... War klar. Gut, äh, dann... gehe ich mal kurz ein bisschen Zeug noch mitnehmen. Das dann auch gleich abgeben. In meiner Truhe. Dann ist es aufgeräumt. Irgendwas ist jetzt gerade voll mit meiner Stimme. Ich weiß auch nicht. Voll komisch. Ich weiß gar nicht, was das ist. So, das hier. Ich gehe mir Dinger machen. Nochmal so ein Field Snack. So. Sehr schön. Super. Super. Meine Kände nämlich dann... Ohne Probleme einfach hier weitermachen. Einfach weiter minen. So. Hier halt unkle Dingens. Genau. Boah. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, mein Steinbruch auch. Vielleicht haben wir da auch was. Das ist jetzt nicht so viel. Dann können wir hier auch gleich sauber machen. Ich weiß nicht, was nur bei meiner Stimme ist. Es tut mir leid. So. Machen wir alles schön sauber. Ich hoffe, meine Tastatur stört nicht so. Ich werde mir eigentlich so eine super leise Tastatur auch bestellen. Die ist dauerhaft ausverkauft. Das geht mir auf den Keks. Ich brauche die leiseste Tastatur, wo es gibt. Das wäre es halt. Naja. So, auf in die Mine. Dann gehen wir wieder hier auf Level 5. Das sind die Gegner noch nicht so nervig. Und wir kriegen relativ schnell... ...ähm... ...Stein zusammen. Tatsächlich einen Weg brauche ich nicht. Wichtig ist Stein. Ungefähr 400 noch. Das wird man zusammenkriegen. Und wenn nicht, haben wir es auf jeden Fall morgen. Das heißt, die Quest kriegen wir fertig. Boah, ist das langweilig, Steine zu klopfen. Na ja. So. Sehr schön. 37 haben wir schon. So. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Geioden zusammen. Ich glaube, ich habe alle Geioden schon aufgebrochen gehabt, oder? Nee. Ah, stimmt. Aber noch nicht. Dann können wir dann ganz viele Geioden aufbrechen. Morgen. Lassen wir hier weg damit. Jo. Ja, natürlich. Kohle nehme ich auch gern. So. Freue mich schon voll auf den Frühling. Gut, jetzt haben wir dann erstmal Winter. Noch, aber ich freue mich trotzdem super auf den Frühling. Und was dann da alles kommt. Ich freue mich auch schon, wenn ich mit dem zweiten Jahr fertig bin. Beziehungsweise, wenn ich das Gemeinschaftszentrum fertig habe, werde ich viel auf die andere Insel. So. Hier auch weg. Sehr schön. Gleich haben wir schon 100. Das ist noch ein Schleimerl. Mann, Mann. So. Oh, da ist ein Diglett. Sehr schön. Da haben wir eine Kirschbombe bekommen. So. 78 haben wir schon. Wir brauchen mehr. Viel mehr. Oh, ein Rubin. So. Oh, eine. Sehr schön. Ah, da haben wir wieder Geoden. Oh, das wäre voll geil, dass man nicht so super viele Sachen kriegen würde. Zum Beispiel ein Dinosaurier-Ei. Damit ich dann das Gemeinschaftszentrum fertig kriege. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich kriege ich nichts. Oh. Es ist schön, dass ich immer Doppelgeoden kriege. Finde ich schön. Einfach mal so einen langen Weg noch nehmen. Ah, hier, guck mal. Hier machen wir sowieso wieder ganz voll. Irgendwas habe ich jetzt mit meiner Stimme. Ich habe noch gar nicht so viel geredet. Mal hier 44, okay. Das dauert aber auch Ewigkeiten, bis das dann fertig ist. Ja gut, weiter geht's. Hätte auch was drin sein können, wie Hartholz oder so. Ich bin mal gespannt, was auf der nächsten Ebene ist. Wie gesagt, ich müsste nicht alles so sauber machen. Ich könnte einfach ins nächste Ding auch gehen. Dann werde ich schneller fertig werden, aber egal. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Notizen wir noch kriegen. Ja, ist ja gut. Nerv nicht. Oh, dann machen wir noch ein bisschen Kupfer. Ist ein dicker Trend? Nee. Hätte ja sein können. Muss dann auch mal schauen, was es noch alles für Fische gibt. Ähm. Winter. Damit ich die auch noch kriege. Das ist auch sehr wichtig. Muss ich dran denken. Muss ich mir merken. So. Ein bisschen Steinchen. Zehn auf einmal ist halt auch toll. So. Wo haben wir da den Weg da, oder? Da war er, glaube ich. Ah, da haben wir zwei große gleich schon mal. Sehr schön. Oh, scheiß Schleim. Es ist schon 15 Uhr. Nein. Gott sei Dank nicht im Real Life. Oh, da haben wir viel Kupfer. Ja, ist gut. Brauche auch viel Kupfer. So, vielleicht mache ich mir dann doch mal noch einen Ofen. Wer weiß. Ist da noch irgendwas oben? Das sind nur die drei Dinger. Schade. Ich dachte, wenn da irgendwie so ein, irgendwie so Fässer oder so was drin ist. Oh, ich habe eine geheime Notiz schon wieder eine bekommen. Ah, Mensch. So. Nächste Ebene. Monsterebene. Raus. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Ebene 10 gehe. Das ist immer noch die Monsterebene. Okay. Dann fangen wir nochmal auf 5 an. Naja. So, mal schauen, wie viel brauchen wir denn noch? Robin, hier 700. Braucht immer noch 300. Wow. Ja, sind es doch fast 500. Ja, ja. Das dauert noch ein bisschen. 200. Und noch eine Notiz. Das ist volle Arbeit. Ja. Super Arbeit. So. Wenn ich das fertig habe, kann ich mir gleich nochmal. Also wenn mein Energiebalken weg ist, kann ich gleich nochmal was essen. Oh, da ist eine Krabbe. So. Ja, 230 haben wir schon. Sehr schön. Und hoffentlich nächste Ebene. Die lange Ebene. Mann, Mann. Geil. Da haben wir auch ein paar Steine drin. Sehr schön. Oh, da. So. Kupfer. Kupfer. Da war nichts dran. Ach, wie schade. Naja. So. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt. Ich habe demnächst wieder jemanden Geburtstag. Ich denke gerade so drüber nach. Kann ich auch mal gucken. Dann mal wieder. So, beziehungsweise Geburtstage leveln und alles. Freitag. Ich muss morgen auf jeden Fall rumlaufen und nochmal Geschenke verteilen. Das ist sehr wichtig. Ich hoffe, meine Marmelade ist fertig morgen. So. Und das machen wir nochmal fertig. Wenn das fertig ist. Dann passt das für heute. Ach, ich kriege gar nicht immer zwei Geoden. Ich hatte nur immer Glück. Schade. Ich sage schade, ziemlich oft ist mir aufgefallen. Hoffentlich kriege ich wenigstens vier zusammen. Also 400. Dann wäre ich auch schon mal glücklich. Dann kann ich morgen zu Robben. Und gleich die Quest abgeben. Und zum Schmied. Geoden aufbrechen. Na, bestimmt. Ach ne, warte mal. Doch, meine Gießkanne habe ich ja abgegeben. Und bestimmt fertig. Ich dachte mir jetzt noch, ich habe ja gar nichts abgegeben. Doch, doch, habe ich. Ganz schön viele Sachen, du. Kann man ganz schön ausbeuten. Oh, dann haben wir auch ganz schön, ganz schön viel wieder. Gehen wir gleich da entlang. So. Wieder eine Notiz bekommen. Jetzt mal hier schauen. Ah, guck mal, eine Höhlenkarotte. Ach, Mensch. Ich glaube, recht viel mehr als 400 werden es nicht werden. Ist schon so spät. Da kann ich Minen, ähm, kämpfen, löffeln. Ups. So. Na, muss ich morgen dann noch 100 nehmen. 100. Dann war's das. Na, komm. 150. Toll. Na, komm, die kriegen wir doch noch zusammen. Dass ich wenigstens die 400 habe. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Hier ist relativ viel Stein. Sehr schön. Oh, ich geh ja schon. So, geh mal nach Hause. 419 Hammer. Pusshaltestelle. Pusshaltestelle. Nehmen wir das noch mit. Ah, gucken wir da auch nochmal was zum wegmachen. Und, ist da was drin? Na, nur Samenschade. Samenschade. Man hat den ganzen Tag wieder vertrödelt. Boah. Na, das ist schon hart, du. So viele Notizen. Mal kurz hier den Stein weg. Stein. Hallo. So, mach das weg. Oh, da haben wir. 41 Gioden. Wow. Aber mein Monster. Schlimmens kommt hier rein. Schauen wir mal, was ich nochmal für Notizen bekommen habe. Einmal Alex Diät für sein Krafttraining. Volles Frühstück. Lachs-Mahlzeit. Langsam liebe ich dieses Essen. Ich spüre das Eiweiß richtig. Wenn du dies lesen kannst, komm zum Geimwald. Bitte bring auch uns, Joop. Ah, neue Quest. An Harley und Emily. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Wir haben euch eure Lieblingssachen geschickt. Pinke Torte und Sonnenblumen für Harley. Und Edelstein und Wolle für Emily. Alles Liebe, Mama und Papa. So. Na hier, sei gegrüßt, Lucia. Hast du mein Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden? Ich freue mich schon auf dich. Ki. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon angefangen habe. Und nochmal ein Rätsel. Okay. Ups, einmal hier die seltsame Dings. Ahrensirup im geheimen Wald. Muss ich jetzt demnächst eh öfters in geheimen Wald gehen. Da ich Hartholz brauche, mein Haus abzugreifen. Ich treffe mir, mein Haus abzugreifen. Und dann. Ich freue mich schon so ein Rätsel. Ich freue mich. Und dann.